Moin und herzlich Willkommen zurück zu Boulders Gate. Ja, unser guter Asterion ist ins Gefängnis gekommen, weil er den letzten Diebstahl nicht so richtig hingekriegt hat. Oh, hier sind ja Otto Ott. Kann ich mit dir sprechen? Nein. Wir müssen mal zusätzlich wieder rauskommen. Also, erinnert ihr euch noch an Maniac Manson? Das werden wir jetzt hier auch versuchen. Kann man hier irgendwas sehen? Nein. Hallo Skelett. Das wahre Leben von Firs Gortas. Okay, jetzt ein bisschen Geld. Das wahre Leben von Firs Gortas. Eine Biografie in Manuskriptform von Vance Fernow. Inhaltsverzeichnis. Letzter Durchgang. Anwar Flim, eine Weise unter Straßenkindern. Kampf ums Überleben auf der Straße. Straftaten in der Jugend. Flims Fortstrafenliste. Jahre in der Gang. Haldenseitener Plünderer. Bekanntes Gesicht, neuer Name. Von Flim zu Gortasch. Der freche Verbrecher im Tor. Ein freier Unternehmer. Rivalen? Alle meine Rivalen sind tot. Aufstieg zum Waffenschmuggler. Die Zenz sind Vergangenheit. Die schwarze Hand von Bane. Schüttelt die blutige Hand von Baal. Nicht mal alles ist genug. Ein absolut genialer Plan. Die Würde von Catherick Thorn. Enthauptung der gondischen Hierarchie. Nennt mich Fürst Gortasch. Notiz. Fügt einen Abschnitt über die Stahlwache mit Informationen aus einem Gespräch mit diesem Gondier, der aus der Gießerei entkommen ist. Irgendwas darüber, dass die Wächter Gortaschs mächtigste Verbündete, aber zugleich auch seine größte Schwäche sind, da sie alle durch einen zentralen Nexus kontrolliert werden. Tja. Was immer das mir sagen soll. Ja, äh, warte mal. Hier war doch eine Kiste. Achso, die habe ich schon aufgemacht, ja? Da war nichts drin. Gut. Ähm, wie sehe ich überhaupt aus? Ich habe eigentlich alle meine Klamotten, nur meine Waffen habe ich nicht. Was ist das? Oh, die Nekromantie von Ty habe ich auch noch. Ansonsten habe ich nichts mehr. Alles klar. Äh, was mit dem Rest von euch? Habt ihr meine Sachen vielleicht? Mach mal hier nach, äh, mach mal hier nach, nach Neustam. Hm, ja, ne, ihr habt meine Sachen auch nicht, also musste ich die wohl abgeben, beziehungsweise die wurden mir wohl abgenommen. Nicht schön, hier ist ein Eimer, aha, so warst du zum Kacken wahrscheinlich oder sowas. Ja, ja, wie gesagt, dann machen wir mal das kleine, äh, 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 achso, das kann ich hier hintersehen. Erinnern wir uns mal an Maniac Manson, hä? Wieso kann ich die Leute dadurch sehen? Hm. Hm. Klappriger Stuhl. Schlafsack. Ich meine, der Stein hier sieht auch seltsam aus, ne? Hm. Da ist auch ein Stein. La la la. Ne. Noch ein Eimer, okay. Hm. Skelett. Noch ein Stein. Gut, Maniac Manson hat hier keinen, guck mal den Boden mal an. Vielleicht liegt hier eine Platte oder so. Sieht nicht so aus, ne? Hm. Ich denke nicht, dass du was knackt. Ach, ernsthaft? Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, okay. Ich dachte eher, aha. Such Behaviour-Slide. Uh. Äh. Lässt du dich bestechen? Gold may have made your problem go away this time. But next time you won't be so lucky. Hm. Wo sind die? Ach, da. Aha. Ich nehme an, du bleibst die ganze Zeit da stehen, ja? Okay. Dann sollte ich gucken, ob ich da irgendwie rüberkomme. Da kommst du nicht hin. Ähm. Naja, ich denke mal, springen wird wohl auch nicht funktionieren, ne? Kannst du mal kurz daraus springen, hops. Und dann... War es das auch mit dem Hopsen hier, ne? Tja, was ist er denn? Oh. Spricht der? Der spricht. Ähm. Den Schädel untersuchen, welche Magie ist da im Werk? Ein sprechender Schädel, ich verliere den Verstand. Wie bitte? Ach ja, und wie? Ja, okay. Okay, das ist auch nicht verkehrt. Hm. Was für ein seltsames Spielchen. Ihr klingt wie ein betrunkener Dichter. Mä. Nicht so mein Welt, aber ich versuch's mal. Ja, ne, zaubern. Zauberkrams ist, ähm... Versuch's nochmal. Oh, meine Güte. Jetzt ist mein... Mein Ehrgeiz geweckt. Nochmal. Aber es wird immer besser, ey. Ach. Gut, es reicht, es reicht. Gut. Das war jetzt der Beweis. Schlechthin. Wir haben keine Ahnung von Magie. Nicht die geringste. Gut, also. Was für ein seltsames Spielchen. Ähm. Okay, fang an. Beginnest to delight. Okay. I fly, yet not through the thermament. I bidst, and biddeth, and bidst a farewell at night, and welcome thee in the morn. I am part of thee, and follow whither thou guidest. I am clothened, and claddened, all in black, and flee the light. Yet apart, yet apart, I wouldst belohnt. Okay. Ja. Also. Nochmal zurück. Ich denke, ich weiß es schon, aber ich will es nochmal lesen. Bla 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 bla. Ich fliege, doch nicht am permanent. Bei Anbruch der Nacht entfläuche ich und kehre erst am Morgen zurück. Ich bin ein Teil von euch und folge euch bei jedem Schritt. Das ist mein Schatten. Er ist in schwarz gekleidet, flieht vor dem Licht, bla bla bla. Du bist mein Schatten. Marvellous deduction, a shadow for sooth, and anon, riddle the second. Bitte. Ich bin battered, aber ich habe nie bow. Mein Coronet bäres die blunt of endless blades, aber ich kann nie move. Ich habe nie bläst, selbst wenn der Sonne bläst fully hattet meine brow. Name me. Das ist schon interessanter. Nochmal. Ich werde geschlagen, doch ich beuge mich nicht. Mein Haupt trägt die Spuren unzähliger Klingen, doch ich bewege mich nicht. Ich mag die Sommersonne noch so greißen und mag die Sommersonne noch gleißen. Kein Schweiß rinnt von meiner Stirn. Ich bin ein Amboss. An Anvil for sooth. Thou hast maketh me most fastian. Ist thy will to forsake this decrepit cell? Ja, weiß ich nicht. Eigentlich ganz nett mit dir hier, aber ich muss mal weiter. Ja, tschüss. Halt, 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 halt. Halt, Krimineller. Du hast genug Verbrechen begangen, um vom Gesetz gesucht zu werden. Wachen in deiner... Hallo? Ich hätte das gerne gelesen. Bin ich unsichtbar? Flüchtling. Mächtige Unsichtbarkeit. Zehn Runden. Zehn Züge. Oh, ah, ii. Wo ist der Typ? Steht der hier? Wo sind meine Klamotten? Es sieht so aus, als wenn das meins ist. Okay. Ähm. Ja, von mir aus. Halt an. Ähm. Wo geht's jetzt hier raus? Und zieh dich mal kurz an. Falls du angegriffen wirst. Na, Kampf. Ach du Scheiße, das Ding hab ich ja auch noch. Ach du Lieber Himmel. Ja, okay. Ähm. Na, Kampf hatte ich Aluve. Pala... Palalingsbums hier, genau. Distanz hab ich... Äh, unerwartet. Ja, ich glaub, unerwartet. Ganz genau. Ähm. Da hab ich gar nix. Da hab ich nix. Der Rest ist alles an. Puh. Ja. Mach mal nix. Wo ist hier der Ausgang? Das kann ja hier... Kann's ja wohl nicht sein, dass ich mich mit euch... Nee, nee, nee. Ich will mich mit euch anlegen. Hier ist auch äußerst schlecht. Ist das der Ausgang? Ich weiß nicht. Aber hier geht's ja nun gar nicht lang. Also von daher... Hier ist einer drin. Heißt das, in der Truhe ist auch was drin? Nee. Glaub nicht. Das war ja meine. Und die ist leer. Okay. Okay. Pass auf. Komm mal hier lang gerannt. Du bist ja noch für 15 Runden... Nee. Für neun Runden unsichtbar. Du siehst mich hoffentlich nicht, ne? Dreck gegen die Dieb. Ach Quatsch. Ihr habt die wahrscheinlich nach einem Schluck... Ich hätte gerne Dialoge hier. So. Entweder geht's da lang. Eingangstür. Ja. Die ist aber verschlossen. Lagerraum. Hm. 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 Ja, also... Wir können natürlich gucken, ob wir was im Lagerraum finden. Kann ich dir widerstehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich bin ein scheiß Dieb, verdammt nochmal. Ich muss da jetzt hin. Okay, der haut ab. Das heißt, er zieht hier so ein bisschen seine Bahn. Wir könnten also Glück haben. Komm her. Ja. Achso, ich mach einfach auf die Kiste hier. Was ist hier los? Hm. Sieben Runden noch. Okay. Der ist nicht da. Alles klar. Dann. Nur die großen Sachen. Bosheit. Ja, ja. Fuck all. Nur die zweite große Kiste noch. Komm her. Du bist dran. Wo ist der Typ? Er ist immer noch... ...irgendwo anders. Okay. Äh, wo bin ich? Ich bin hier. Gut. Ich wollte zu dieser Kiste. Na toll. Na ja, gut. Ist sonst noch irgendwas, was ich übersehen habe? Rostiges Beil, Beil, Apfeltruhe, nein. Okay. Okay. Wie viele Züge bin ich noch unsichtbar? Noch vier. Komm, das dürfte klappen. Allerdings ist die Kiste auch... ...die ist auch zu, ne? Da kommt der. Jetzt wird's blöd. Die Frage ist, rennt der hier rein? Oder bleibt der da stehen? Ah, haha, könnte gefährlich werden. Ach, wie lange braucht der denn? Ich will jetzt erst mal da stehen bleiben. Ich stehe jetzt hinter der Wand hier, ne? Das wäre echt geil, wenn ich noch einen Schritt weiter hier rüber könnte. Ich könnte mich auch noch verkleiden, aber ich glaube, das fällt trotzdem auf, weil... Niemand rennt hier rum. Okay, wir versuchen's nochmal. Wir müssen jetzt gucken, dass der Typ hier möglichst schnell wieder zurückläuft. Oh nein, der kommt da rein, gerannt. Okay. Dann müssen wir jetzt hier durch. Das nutzt ja nix. Wie lange habe ich noch? Noch einen Zug. Scheiße, okay. Jetzt sieht er, dass jetzt die Tür auf ist. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Was? Gott, was? Wer hat mich gesehen? Ey, der ist schon wieder da? Gott, und die anderen auch. Huch, hu, hu. Und ich bin angeschlagen. Ich könnte jetzt versuchen, die scheiß Tür zu öffnen. Und dann? Wo bin ich dann? Dann bin ich draußen. Dann werde ich wahrscheinlich gesucht. Also, was machen wir jetzt? Möglichkeit A, wir kämpfen. Die sehen alle nicht gut aus. Möglichkeit B. Ach, für Scheiße. Scheiße auf B, wir kämpfen. Komm mal her. Ich hoffe, du triffst. Richtig gut. Scheiße. Okay. Oh, nee. Die sind echt zu übel. Der Zaubert auch noch. Du lieber Himmel. Oh, nein. Ach, du Scheiße. Okay. Nehmen wir Möglichkeit B. Wir nehmen Möglichkeit B. Mach das scheiß Ding auf. Ganz schnell. Ah, das wird übel. Okay, komm schon. Oh Gott. Komm ich über 20? Ja. Mach die Tür auf. Und jetzt verpiss dich. Gut, da sind noch mehr. Oh Gott, da sind noch mehr. Ich dachte, hier ist Schluss. Wie viele Türen kommen hier noch? Ich muss nur bis dahin kommen. Oh, haha. Und wer weiß, wo ich dann lande? Gott, Gott, Gott. Geht das noch? Es geht noch. Nicht mehr allzu weit, aber immerhin. Es geht noch. Kommt trotzdem an. Obwohl er muss spurten, dann kann er nicht kämpfen. Das ist schon mal gut. Er will den Zauber machen. Ja. Aua. Hat nicht getroffen. Gut. Er muss spurten. Das ist gut. Das ist gemein. Okay. Das ist noch einer. Hier. Ohi. Der heilt die wieder alle. Scheiß Kleriker. Sag mir. Sag mir, dass ich da unten rauskomme. Wie bitte? Wer zum Geier ist er denn? Ne, bin ich nicht. Das läuft alles nicht so, wie ich das sagte. So wollte ich das nicht. Ich wollte nur abhauen. Ah, Gott. Ey. Ja. Ne, ich will jetzt nicht angesichts zu angesichts sprechen. Das ist doch Quatsch. Das geht ja gar nicht. Das ist eine Schleißidee. Jetzt greift der uns nämlich an. Puh, puh, puh. Ja, ja. Was tun wir denn jetzt? Wir sollten ihn nicht, wir sollten ihn jetzt nicht, wir sollten ihn nicht provozieren. Es war mir eine Freude, euch zu treffen. Können wir von Angesicht zu Angesicht sprechen? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Mit Pech nimmt er uns dann mit. Ach. Ich hätte mich verkleiden sollen. Hätte das was gebracht? Ich weiß es nicht. Was mache ich jetzt? Was mache ich denn jetzt? Ach, was soll's. Das wird nicht, oder? Mein hochverehrter Gast, endlich begegnen wir uns. Ich bin Gortasch, ihr seid der Prisma-Träger. Ihr habt den grauenhaften General getötet. Ja, er tut jetzt so, als wenn er unser Freund wäre. Dabei will er uns ja eigentlich töten. Also das ist eine ganz schlechte Idee. Oder? Oder? Ja, 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 das ist eine schlechte Idee. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin gerade hin und her gerissen. Tatsächlich. Scheiß drauf. Ich finde euch und ich töte euch. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ich will da jetzt nicht hin. Fuck, ich will da jetzt nicht hin. Ich will jetzt mal und läuten. Das ist, das läuft alles falsch. Wer ist er denn hier? Lautstein. Ich will hier nur raus, verdammt. Wo ist hier der Ausgang? Oh Gott, das ist aber nicht schon weit. Oh Gott, das ist aber nicht schon weit. Ich will hier. Oh Gott, das ist ja. Hallo Leute, ich muss gehen. Sind wir in Riving? Ja, bitte. Oh Gott. So. Nein, das war zu näher. Er schafft es nicht dahin. Okay. Nochmal. Dann. Ja. Warte mal. Hier. Da. Oh Gott, ich habe es geschafft. Oh Gott, ich habe es geschafft. Ich habe keine Ahnung, wo der Rest der Bande ist. Kommst du? Gut. Ja. Ja, er kommt an. Wo ist er? Ich weiß nicht, wo bin ich überhaupt? Da. Oh Gott, war das nervenaufreibend. Ach, ich stehe immer noch hier. Ach, da ist er. Gut. Ähm. Ich hoffe, du bist nicht mehr böse auf uns. Ja. Ja. Ja, dann nicht. Ähm. Aber solange die Darling sagt, ist anscheinend alles nicht so schlimm. Gut. Gut, gut, gut. Ich will gar nicht weiter stören. Ähm. Ich klau jetzt hier erstmal nix mehr. Hahaha. Ich gucke mir den Rest der Bande an. Hier waren ja noch einige, die ich noch gar nicht gesehen habe. Ne? Was habt ihr in eurem tollen Käfigen? Nix. Oh, hier ist irgendwas. Oh, das ist so ein Schatten... Schattenschnurhaar. Okay. Und äh... Ein Raptor. Aha. Okay. Was mit euch hier? Hochseilhilde. Hier ist die Hochseilhilde. Wo ist denn dein Hochseil? Wie auch immer. Hallo Hochseilhilde. Ja, ich glaube die Flammen sind mein kleinstes Problem. Aber nice, dass du mich warnst. Hast du was in der Tasche? Ach, scheiß drauf. Du hast ihn doch... Hallo? Was ist jetzt hier los? Gespeichert? Was wird hier gespeichert? Warum? Ich will Schnibbles sehen. Wo sind eigentlich die Dialoge hier? Wurden die nicht immer angezeigt? Äh... Hallo Azumi. Okay. Ja, danke für die Warnung. Und Becca, was sagst du so? Meine Mama ist schon längst tot, Göre. Und rat mal, wer sie umgebracht hat. Oh, wer ist denn Purpur? Du hier? Sollen wir mal die Tür aufmachen? Das wird ein Spaß. Das ist Purpur. Hallo Purpur. Ja, ihr solltet ja mal futtern, glaube ich. Ich hab was, was hab ich denn? Was war das? Kratscher? Okay. Kannst du auch sprechen? Sieh, so kann ich mit dir sprechen. nachforschung nicht gut warum warum gut ja steckt wirklich im brand ja zeig mir mal was willst du mir zeigen ich verrate auch nichts mal verdammt noch mal verdammt gibt mir vorteil los so jetzt habe ich nicht gebraucht naja ja ja ok kann ich verstehen ich habe keine ahnung wir gucken lieber noch einen zweiten blick auf diesen käfig gerade weil wir keine ahnung haben woher sieht stabil aus tatsächlich wann willst du diese alle töten machen mach das ich gehe dann mal oh ok ja gut wer bist du was bist du was war das für ein dialekt bist du ihre ne du bist schotte du bist schotte was haben wir hier da ist patty hallo patty hallo so nein ja ich bin dabei ok habt ihr von der vogelscheuche gehört die einen kampf verloren habt pfff pfff buuuu hahahahahaha hahahahahahahah hahahahahah jawoll quentin thank you to the loud mouth for volunteering for my next trick now where oh where wach dich! wach dich! Ich zitter sogar hier vor dem Bildschirm. Ich glaube Schattenherz wäre viel besser. Oh Lizelle! Los Lizelle, hoch mit dir! Na los Lizelle! Finden sie alle geil, ne? Ja, sehr schön! Ja! Mach mal ein paar wilde Witze über sie, du wirst überrascht sein! Na dann! What? What zum Teufel war das denn jetzt? Schnibbelts! Du auch? Beißerchen! Du bleibst gefälligst da drin! Was hast du? Wieso? Da ist drauf! Komm her Lupe! Hätte ich fast was Schlimmes gesagt! Daneben? Ich glaube ich... Spinne! Habe ich nicht... Achso, ich habe ja nicht getroffen! Stimmt ja! Hätte ich nicht! Alter! Alter! Er haut hier mit einem riesen Hammer! Okay, pass auf! Äh, jetzt muss man mal ganz kurz... Also erstmal beendest du das hier kurz! So, hallo, da bin ich wieder! Ich habe hier gerade ein echt krasses Problem mit OBS! Seit ein, zwei Tagen! Sobald ungefähr eine halbe Stunde erreicht ist, fängt plötzlich an mein Arbeitsspeicher vollzulaufen! Der komplette RAM und dann irgendwann friert das Gerät an, friert die ganze Kiste ein! Also, ich weiß nicht wie weit das gerade ging, ich muss jetzt hier wieder ansetzen! Ich konnte noch ganz schnell speichern klicken, bevor OBS abgestürzt ist! Gut, du... machst was? Die Heilung habe ich noch gemacht, siehst du! Dann bist du durch, so! Jetzt kommen wir zu dir! Schnibbelts! Du weißt schon mit, wie du dich hier angelegt hast, oder? Boah! Oder? Ach komm! Brauchen wir nicht! Oh! Okay! Okay, okay, okay! Du bist dran! Schlag zu! Blutung! Mhm! Du! Ich muss nochmal... äh, ja, Banken, ne? Mhm! Was war das denn hier eigentlich nochmal? Ach ja, das gibt's ja auch noch! Brauchen wir aber nicht, ne? Das geht nicht! Wir gehen mal einen Schritt hierher! So! Eine saublöde Idee, sich von hier wegzudrehen! Glaub mir! Wer bist du denn jetzt? Wer bist du denn jetzt? Okay! Du siehst nicht mehr aus wie Schnibbelts, du siehst aus wie irgendwas anderes! Ich glaub, der ist gefährlicher! Uh! Daneben? Okay! Du triffst mich nicht! Ja, hack mal zu! Okay! Nicht schlecht! Guck dir mal ein Schild! Du hast dich als einzige nicht geheilt! Ach, komm schon! Mann! Und jetzt zu dir hier! Schlag zu! Schlag zu! Schlag zu! Schlag zu! Oh! Oh! Schlag zu! Schön! Ja, und jetzt zu dir! Äh, erstmal haust du nochmal zu, bitte! Jo! Und jetzt darfst du den Rest nochmal machen hier! Ein letzter Schlag, bitte! So! So! Und jetzt darfst du den Rest nochmal machen hier! Gestaltwandler! Okay! Huch! Da geht aber mal das Fenster aus! Äh, ja! Ich mach euch jetzt nicht auf! Glaube ich! Was haben wir hier noch? Nein! Und wer bist du? Tja! Wir sind doch im Zirkus hier! Und du? Ja! Das war nicht Teil der Show! Ich? Ich hab doch nicht angefangen, Mann! Oh Gott! Schnibbels ist tot! Obwohl, das ist ja gar nicht schnibbelst! Wer bist du? Du bist ein Ork, ne? Ja! Ja! Alles gesagt! Ähm! Ja! Doppelgänger! Not so gut! Ja! Alles gesagt! Und was bei euch so? Was? Was? Die Gerüchteküche kocht über! Aha! Grauenhaft! So, so! Wie könnte das passieren? Zu Dribbeln? Zu meinem Haus? Ich kann nicht glauben, wir mussten auf einen Stranger, um uns zu retten! Hm! Keine Entschuldigung! Ja, ja! Alles gut! Das kam unerwartet, ne? Dann lassen wir es mal hier lang! Ach Schnibbels! Warum musstest du ausgerechnet jetzt verschwinden? Na, hast du jetzt endlich mal keine Tanzstunde mehr? Oh dear! Oh dear! Screaming children and oozing corpse and it's not even my birthday! Tja! I thought the absolute would a dare set foot in my circus! To use such a woeful Dribbles impersonator! Why it's downright rude! Hm! Ähm! Imitator? Also, naja, jetzt haben wir ja gesehen, dass das ein Imitator war! Ihr habt gerade euren Star verloren! Und nun? Auction! Wenn du mit einer Plane-Hopping-Hopping-Circus aus ragtags und ruffians und ruffians, ein paar Sachen fangen, dir mal. Du bist ja nicht. Älk, ich kann nicht afforden zu verlieren, mehr Sachen zu verlieren. Jeh, die Feier sind sehr sehr, sehr, sehr. Ich muss die circuse移ern. Aber ich kann nicht weg, noch mal nicht. Nicht ohne Dribbles. Er war ein Star. Die Kunden von jeder Farbe und Verdann haben ihn einfach nur lief. Liebe und Bewunderung habe ich schon genug. Hast du auch Geld? Okay, ich glaube dir kein Wort, aber okay, was hast du in der Tasche? Das macht mir keinen Mut, ganz ehrlich nicht. Ja, von mir aus. Ja, die Hochsaalhilde hat jetzt Pause. So wie es aussieht, hier haben wir noch ganz schön viel zu quatschen, aber nicht mehr heute. Ähm, ja.